15 die juni quasi ein monat später was ist los was passiert hier alles klar das ist ich habe gerade gesehen er hat ja einen anschluss an seinem armen da müsste doch bestimmt noch ein anderer arm oder eine andere knarre daran passen da ist er ja alter der typ hatte echt dampf also ich will nicht behaupten dass ich das auch könnte aber hut ab mein junge hut ab so b drücken um den spezialangehörter eines devil breakers auszuführen ja das gefällt mir richtig auf die fresse guck die sturmfliege nichts mehr zu erzählen hier alter spieler der spieler mit den jojo ja du hast einen richtigen krönen zu spieler mit dem das ist warum ich ihn so gut funktionieren um zu spieler 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 so auch im sprung möglich b und rb ok alter, das ist ja wie Zorro no, das ist zwar nice so die Aktion, aber mit seiner Peitsche, aber ich muss sagen ich feiere die Knarre, mal das am meisten ja, das sah auch ganz nice aus ist hier noch wer, oder habt ihr euch alle verpisst? ach, da ist noch einer so, jetzt ist hier Ruhe ich glaube, es geht los legt euch nicht mit dem Commander an oh oh, so muss das sein grüne Kugel, steinauskristallisierten Dämonenflüssigkeit stellt festgelegte Menge von Lebenskraft wieder her ah, ok oh, zerfall zu Staub ja, so muss das sein lieber Arm ab als Arm dran träger gesammelten Blutal Red, oh, die gehen wir, die gehen wir auf den Sack, diese Fliegende im Wohnzimmer bei mir habe ich für sowas nochmal Fliegenfänger gehen wir nicht mehr um Pinsel genau, komm her, ja schon mal einer erzählt, dass ich als Kammerjäger gearbeitet habe genau, jetzt hier Ruhe im Karton komm, weiter ja, Baumfäller war ich auch zack, weg damit braucht kein Mensch, komm ja ja, ihr braucht euch gar nicht anstrengend mit eurer Piekserei hier komm her, du kriegst auch noch dein Fett weg genau hier ist auch noch einer gewesen der wollte es auch noch wissen da, komm hier auf die Schnauze, genau so ja, der sieht ein bisschen größer aus aber der sollte es auch nicht übertreiben sonst kriegt er gleich sein Fett weg ja, der hat ja Mofa-Führerschein so, wiederholt LT drücken LT um deine Ex-Anzeige um das Schwert Red King aufzuladen ah, okay ja, B und LS Horizont A bewegt dich zur Seite um Angriffen auszuweichen äh, niedrigen Angriffen kannst du auch mit einem Sprung ausweichen okay das ist schön ich glaube, dann brauche ich ein paar härtere Bandagen irgendwie ja, so muss das sein aber wenn ich dann nur mit der Knarre darauf rumballere dann bringt das nix äh ich glaube, mein äh, Sack ich würde sagen, ich glaube, mein Schwein pfeift los komm, du Fleischpressen-Pflanze los komm gleich gibts auf die Nuss ja komm, komm jawohl das hat man davon wenn man sich mit mir anlegt ich bin der König äh, Welt ja alles schön zu Staub zerfallen ist ja John Sinclair gegen Waisenknabe was meinst du? Soldierbein sagte, die Stadt hat eine Hölle zurückgebracht und hat sich über die Unterwelt nicht nur hier aber überall woher ja, das klang schon ein bisschen ernster Yamato hat das eben war so lässig und cool und jetzt werden es ernster nochmal gucken jetzt gehen wir wieder zurück in die Vergangenheit warum fühle ich als deine Pettmechaniker? Miraculis fertig komm, 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 ich werde hier ich versuche, dich etwas schrauben nicht okay, als smarter Superheld ähm, gehen wir ja nicht essen sondern schrauben weiter du, äh, brauchst du etwas? oh, wer ist das denn? der hat wohl auch gehört, dass Essen fertig ist was sagt er sogar? wäre gut, dass du auch Glück hast das Essen fertigsteht ich glaube, er, der sieht so aus als wenn er Blut isst was zur Hölle du bist ein Dämoner? Nero, der Zoo ist in der Nähe Kanias, komm zurück in die Nähe! Alter, wer ist das denn? Bruce Vampire, oder? dafür, dass er so rumstöhnt, der hat aber ganz schön Dampf alter Falter der geht nicht mehr zur Blutspende reiß ihn mal locker in den Arm ab Alter, und das ist ein Drecksack ey haut er mir in den Arm bei dem Blutverlust wäre ich auch ohnmächtig geworden ich glaube, das hat er ihm ziemlich übel genommen so noch bevor Blablabla 15. Juni ist mehr als 30 Jahre her, seit ich mich seit ich so etwas wie einen Brief geschrieben habe da ich keine Schreibmaschine oder etwas besitze muss, du vorläufig meine miserablen Handschrift kaufnehmen ich hörte, dass du in einer Red Grave City zurückkehrst ich wusste nicht genau was ich für dich tun könnte ich strotze nicht so vor Energie wie du äh, und bin auch nicht gerade der Hellste Alter, ich bin nicht der Hellste ja, ähm ja äh, doch aufgrund äh, meines Handwerks kann ich dir wenigstens ein paar Hinweise geben ich weiß nicht, ob sie dir helfen werden aber naja das ist immer besser als nichts war als ich Dante zum ersten Mal traf hat er einen anderen Namen Tony Grave ich wette jetzt bist du hellhörig geworden was Tony Red Grave Red Grave City nur ein Zufall oder ist es mehr als das ehrlich gesagt weiß ich das nicht okay trotzdem dachte ich wenn du schon auf dem Weg dorthin bist kannst du das vielleicht selbst herausfinden deshalb beschloss ich dir alles zu sagen was ich über die Dame weiß es kommt nicht jeden Tag vor dass ich einen solchen Saar preisgebe du sollst mir dankbar sein okay danke dafür ich wette auf dich ich kuchen any special orders? ja einmal Steak blutig hey ich habe einen neuen Arm für dich die zaubert immer die Arme irgendwie aus der Schublade ein Masterpiece einer meiner Liebsten so anpassen hier kannst du mit roten Kugeln fertig kann Objekte kaufen oder eine Ausrüstung ändern bestmöglich zu kämpfen okay super dann wollen wir mal gucken so was nehmen wir denn mal Tempo Tempo genau wir haben ja einige Kugeln beim Kauf bei Steam sogar dazu gekommen irgendwie 50.000 oder so also verbessere ich natürlich hier die Fähigkeiten ganz klar so also hier oben nehmen wir mal den kompletten das Geld haben wir noch so Ausrüstung irgendwas gibt es denn bei Objekten gibt es irgendwie blaue Kugel was macht die denn Kristall aus vier blauen Fragmenten Lebensenergie maximale Lebenskraft ja Lebenskraft plus eins okay wir haben nur noch 350 ja ja das war's 100.000 Tacken ausgegeben okay jo wir mal auf Missionsstart jetzt müssten wir noch besser sein als vorher und wir waren schon richtig gut die Ballons kohlen die ab so was ich gerade sehe aber er hat seinen Arm ja gar nicht dran obwohl ich doch den zweiten Arm mit ausgerüstet habe oh puckt die Sturmfliege wieder die Länge und Vielfalt einer Kombos bestimmt wie viele Skillpunkte und welches Steelrang du erhältst Steelringe wirken sich auf einen Punkt in Ergebnis Bildschirmen nach einer Mission aus ok ok genau ich stütze euch die Flügel aber sowas von ja genau immer schön hinhalten so schnell herrscht Ruhe wenn der Commander Gas gibt ja jetzt kommen wieder die Kakteenarme jahrelang als Gärtner gearbeitet los komm wir will noch einer hier was ok so schnell herrscht Ruhe so schnell herrscht Ruhe so schnell herrscht Ruhe so schnell herrscht Ruhe